Habe ich einfach ein Pet geschenkt bekommen, das ist einfach mal 200k wert, Ehre. Was? Ich habe heute das Medikament gekriegt, ne? Ja, welches? Für meine Lungenscheiße, Asthma. Ja. Foster Nextala. Alter, fucking Harry Potter Zauberspruch. Darf es nicht aufmachen, weil dann mache ich die Ladung ready. Okay. Boah, das was ich in meinem Inhalator habe, das hat mit Tobi was gemeinsam, weil es hat eine tiefe orale Bio-Verfügbarkeit. Muskelschmerzen, Muskelkrämpfe. Welche Muskeln? Ruhelosigkeit, Schwindel. Ich komme hier gleich rüber, Alter. Ich mache gleich deine geilen OP, Junge. Alter. Nerd. Aber mini, mini Sekunde. Junge, bisschen Blut dabei, nice, schön, best. Es könnte aber auch jemand sein, der diese bunten Schnüre von Haribo inhaliert. Der Pfeil zeigt auf die Speiche, auf das Rad. Ja, Hochzeitsspeiche. Ja, genau. Was ist denn jetzt Kutsche? Oh mein Gott. Was? Apple, alter. Alter, was? Was? Oh Gott, jetzt. Junge, was geht denn mit seinem Auge? Er steht seitlich. Ja, jetzt wird es realistisch. Jetzt der mit dem Schwert, Alter, mit der Machete. Der hat es nochmal eindeutig gemacht. Feiern. Wenn das jetzt Weintrauben sind. Nein. Alter, das ist einfach eine Riesen-Himbeere. Ja, so ein sehr kleiner Mann. Hat das Flugzeug ein Gesicht. Ja. Da sind zwei Piloten drin, der Junge. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Also dann willst du es auch nicht lösen. Das ist die, wo die Pandaren drauf leben. Ja, Mann, das sieht man ja. Okay, ich hätte jetzt irgendwie Ziege hingeschrieben oder sowas. Das ist einfach mega zufrieden mit seiner Existenz. Das ist einfach nur schön. Astronom ist er auch. Ich weiß nicht, was das Schlimmste dabei ist. Wirklich nicht. Oh mein Gott. Ich finde das Ambiente hier echt angsteinflößend. Ich habe übrigens wieder mal mein toller Gorschmuckstück aus der Kiste gezogen mit dem fucking Wolfsheulen, was ich auf ihrem kackten Tag bekommen habe. Danke. Nein. Die Leute ziehen hier Aggro wegen Launisch. Ja. Ich glaube, ich bin Launisch. Ich bin Launisch. Du bist von selben Stern. Ich kann deine Oberschenkel hören. Okay. Wie sie aneinander schlagen. Du fette Sau. Bam, Axtwurf. Bam, Axtwurf. Alter, ich mache elf Schaden. Bam. Ich spüre meinen Zorn. Du schaffst es. Ja, ich wache halt mitten in der Nacht schweißgebadet immer auf und das zwei, dreimal oder so. Und dann schreist du Pommes. Wieso haben wir die denn? Den Sandwürmern. Bitteschön kleines. Tobi hat schon genug kleine Sachen. Alter, die Zauberhölzer. Oh nee. Hilfe. Oh nein. Oh nein. Ihr müsst die Straße überqueren. Ja. Sehr gut. Tick, 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 tick. Alter, süß. Junge. Das zeigt eindeutig, warum Frauen länger als Männer leben. Wow. Junge, diese Oma mit ihrem Einkaufswagen da. Ich kack mich voll. Nein. Hör auf, um anzusprechen. Ich sieh's nur aus dem Augenwinkel. Oh Mann. Oh, ich weiß nicht. Ich fall da jetzt immer runter, oder was? Nein. Ich weiß auch nicht, wie du das so gut kriegen kriegst. Ich krieg das überhaupt nicht hin. Jana fällt auf der Geraden einfach runter an der Seite. Wie langsam. Oh nee, leider. Es geht nicht. Es tut so weh, das Lachen ist so unterdrückbar. Es ist wirklich hart. Ich gehe gleich hoch bei der ersten Runde. Nice. Alter, was? Oha. Du Schweinschein. Ich bin die Herren der Tiere. Wow. Wow. Die Initiative gemeinsam kacke. Problem gelöst. Alter. Bleibt mal still. Rocktube fummelt mich. Hast du einen Fick? Sorry, Mann. Ah, schon wieder. Danke, Tobi. Es ist geil, wie an die Spannung Tobi einfach ist. Die überhaupt nie redet. Ist ja geil. Ja. Wenn ich nicht sitze. Ja, Mann. Tschüss, wie sauer. Oh, fuck. Och, Mann. Ich finde es total gruselig. Also, als Killer geht es tatsächlich noch irgendwie. Weil man halt einfach nicht so Angst haben muss, dass... Ich wollte mich verarschen, oder was? Oh, Mann. Kannst du nicht einfach mal weggehen? Ich habe mich von dem Vogel erschrocken. Der Meisterkiller. Mann, Spatz. Ich bin... Du bist. Ich bin...